Die EOS 40D. Leistungsstark und vielseitig. Reihenaufnahmen mit bis zu 6,5 Bildern pro Sekunde, satte 10,1 Megapixel und eine Vielzahl attraktiver Funktionen. Klasse Voraussetzungen für alle, die eine echte Herausforderung suchen. 10,1 Megapixel CMOS-Sensor. Der Canon CMOS-Sensor sorgt mit seinem großen Dynamikbereich für präzise, detaillierte Abbildung von Schatten und Lichtern. Optimiertes Pixel-Design und On-Chip-Rauschunterdrückung sorgen für klare, gestochen scharfe Bilder im gesamten ISO-Bereich. Für eine noch feinere Gradation bzw. optimierte Farbwiedergabe werden die Bilder mit 14-Bit-Farbtiefe pro Farbkanal verarbeitet. Die EOS 40D erfasst bis zu 6,5 Bilder pro Sekunde und bietet einen Pufferspeicher für bis zu 75 Large-JPEG-komprimierte Bilder, 17 bei RAW-Dateien. Das Autofokus-System nutzt neun Kreuzzensoren für eine präzise Scharfstellung der horizontalen und vertikalen Bildebenen. Das zentrale AF-Messfeld arbeitet bis Lichtstärke 1 zu 2,8. Die Messfelder sind über den gesamten AF-Messbereich verteilt. So werden auch Objekte außerhalb der Bildmitte erfasst. Der helle 3,0 Zoll LCD-Monitor überzeugt durch hohe Auflösung für optimierte Prüfung von Schärfe und Bildkomposition. Bilddetails können mit einer bis zu 10-fachen Vergrößerung dargestellt werden. Beim Fotografieren aus schwierigen Aufnahmepositionen lässt sich die Einstellung des Bildausschnitts über die Live-Bildfunktion des LCD-Monitors vornehmen. Der Digic 3 verarbeitet Signale mit 14-Bit-Farbtiefe pro Farbkanal für besonders feine Farbabstufungen. Zudem senkt der Digic 3 den Stromverbrauch. Resultat erhöhte Bildkapazität pro Akkuladung und die Startzeit beträgt gerade einmal 0,15 Sekunden. Canons integriertes System zur Staubunterdrückung und Reinigung hilft, den Sensor sauber zu halten. Es besteht aus einer Kombination unterschiedlicher Technologien zur Minimierung, Abstoßung und Entfernung von Staub. Weiterer Bestandteil des EOS Integrated Cleaning System ist eine selbstreinigende Sensoreinheit, die beim Einschalten der Kamera durch Vibration den Staub vom Sensor abschüttelt. Voreingestellte Picture Styles ermöglichen die unkomplizierte Steuerung der Bildverarbeitungsparameter. Jeder Picture Style führt zu einer anderen Farbwiedergabe. Die voreingestellten Picture Styles können in der Kamera oder über die mitgelieferte Software Picture Style Editor individuell angepasst werden. Das Gehäuse besteht aus einer leichten Magnesiumlegierung mit Staub- und Spritzwasserschutz an Speicherkarten und Akkrufach. Die EOS 40D ist mit mehr als 60 Canon EF und EFS Objektiven sowie allen EX Speedlights kompatibel. Der als optionales Zubehör erhältliche Wireless File Transmitter WFT-E3 gestattet kabellose Aufnahmen und einen ferngesteuerten Datentransfer. Ein Videoausgang ermöglicht den Anschluss der Kamera an ein Fernsehgerät. Schneller Datentransfer geschieht über die USB 2.0 Highspeed-Schnittstelle.